Hallo, grüß Gott, wir sind auf der Tracht in Kandrin Salzburg. Mein Name ist Nika Schottenhammel und hier präsentiere ich meine neue Kollektion, meine neue Trachtenkollektion, die zur Wiesn rauskommt, natürlich. Hier auf der Seite sieht man das ganz Neue, das ist das Herzerldirndl bei Nika Schottenhammel mit den dazugehörigen Glusen. Und selbstverständlich lasse ich natürlich die Kinder nicht aus, denn wir haben auch Mädels und die brauchen auch immer ein Dirndl. Und dazu gibt es dann meistens passend, zum Beispiel wie hier, das Realdirndl zur Mama dazu. Also ganz besonders an dem neuen Herzerldirndl ist natürlich, dass hinten das Herz ausgeschnitten ist und nur ein schöner Rücken kann entzücken und daher habe ich dann das für diese Wiesn das erste Mal jetzt aufgelegt, inklusive dem süßen Bambi, was natürlich dann rausschaut. Man kann es auch ohne Bluse anziehen, aber mit dem Bambi ist natürlich am schönsten. Und natürlich für die, die das nachmachen sollten, würde ich nicht empfehlen, denn es ist natürlich bei Nika Schottenhammel geschützt.